Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen und den Entscheidungsbäumen. Heute geht es weiter und zwar mit dem Algorithmus, der das Ganze hier auch wirklich schön verarbeiten kann. Der ID.3 Algorithmus, der baut diesen ganzen Baum also für euch auf und ihr könnt ihr dann später einfach weiterverwenden. Er benutzt dazu eine kleine Menge an, oder eigentlich eine relativ große Menge sogar an Beispielen und möchte, ja, möchte wie gesagt diesen Baum aufbauen. Okay, ich würde sagen, wir gehen den einfach mal kurz durch, damit ihr wisst, wie der ganze Algorithmus erstmal aussieht. Dazu schreibe ich mal hier los. Okay, was wir machen, ich schreibe einfach mal Algo ID.3 hin. Was wir machen ist folgendes, wir definieren uns erstmal eine Wurzel, damit müssen wir ja anfangen. Einfach mal eine Wurzel, sozusagen einfach mal aus dem Nichts, also dass wir einfach so eine Wurzel haben. Gut, was wir dann machen ist, wir sagen, wir hätten gerne, also im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, dass hier oben drüber nochmal so eine Wurzel S eben steht, die einfach gar nichts tut und sagt, hier geht's los. Mehr braucht ihr euch dann nicht vorstellen, nur dass man halt einen Anfang mal hat. Okay, so und was man jetzt tut ist folgendes. Wir beschreiben uns eine Do-While-Schleife, die kennt ihr auch, ist im Prinzip eine While-Schleife, ganz normale. Aber die While-Bedingung ist relativ lang, deswegen habe ich die nach unten gepackt. Okay, und zwar wir wählen uns erstmal ein Attribut A aus. Und zwar wir wählen das als bestes Entscheidungsattribut. Das ist jetzt sehr, sehr schwammig. Wir werden in dem nächsten Video klären, wie man dieses A wählt. Wir schreiben jetzt einfach mal hierher, Attribut mit kleinster Entropie bzw. größtem Informationsgewinn. Größter Informationsgewinn, kurz IG. Wie die ganzen Dinger hier definiert sind, das schauen wir uns, wie gesagt, das nächste Mal an. Keine Sorge, das kommt alles noch. Okay, und was wir jetzt machen, ist eine For-Each-Schleife, nämlich für jeden Wert, den dieses Attribut A annehmen kann. Also dieses Attribut A wäre zum Beispiel das Wetter. Und die Werte wären dann Sonne, Wolken, Regen. Das sind alle Werte, die A annehmen kann, also Groß A. Mehr gibt es da einfach nicht. Es gibt nicht irgendwie noch einen Hagel oder Schnee oder sonst irgendwas fertig aus. Wir sind in einer sehr beschränkten Sicht hier. Okay, also für jeden möglichen Wert, äh, möglicher Wert, Klein A von Groß A. Für jeden von diesen kleinen A-Werten, also Sonne, Regen und Wolken, tun wir jetzt immer genau dasselbe. Wir kreieren uns einen Nachfolger, also erstelle, ups, erstelle Knoten für A und danach füge alle BSP passend ein. So, und das ist im Prinzip schon alles. Ups, Vorsicht, das hier gehört nicht mehr zu der For-Each-Schleife, ist im Prinzip egal, wo ihr es reinmacht, aber das gehört im Prinzip hier nach diesen, also wenn wir für jeden A, für jeden Wert A-Knoten erstellt haben, Nachfolgerknoten, also das, das und das, dann fügen wir alle Beispiele ein und, ähm, erst, wie gesagt, hier hinten macht es erst Sinn zu sortieren. So, und das machen wir, solange folgendes nicht erfüllt ist. So, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Wir haben nämlich hier mehrere Abbruchbedingungen. Das heißt, wir können sagen, entweder, und wir sagen nicht entweder, oder wir schreiben einfach nachher ein oder davor, ähm, wenn alle Daten im selben Knoten sind, das heißt, wenn wir hier für, also bei Wolken gibt es nur True, es gibt keine False bei Wolken, dann müssen wir nicht weitermachen. Das heißt, wir müssen hier jetzt nicht mehr nach der Temperatur noch unterscheiden, sondern wir sind einfach fertig, weil Wolken sind alle in True. Das heißt, wir sind fertig, wenn alle Daten, ähm, Datenpunkte D, und hier oben machen wir am besten ein Not davor. solange alle Datenpunkte D nicht das erfüllt haben, machen wir diese Schleife, also Vorsicht, das ist quasi doppelt negiert, so im Kopf, so ein bisschen, ähm, solange die Datenpunkte D nicht im selben Knoten sind, also nicht alle bei True oder nicht alle bei False, wie bei Regen zum Beispiel, dann müssen wir weitermachen, das heißt, while not, die im selben Knoten sind, oder aber, machen wir das Ganze so, dann ist es übersichtlicher, ähm, zweite Abbruchbedingung ist folgendes, wenn wir uns jedes Attribut, was wir haben, einmal angeguckt haben, dann müssen wir fertig sein, wir können jetzt nicht hier unten nach der Temperatur wieder mit dem Wetter anfangen, das wäre total blöd, weil dann könnte es passieren, dass wir unendlich tief gehen, und wir haben eigentlich schon nach dem Wetter entschieden, da sollten eigentlich nur alle drin sein, die Sonne haben, und nicht die von Wolken und Regen, das heißt, es bringt uns nichts, wenn wir irgendwie noch weiter unterscheiden, wenn wir halt dann immer noch ein paar Ungereimtheiten hier unten haben, dann haben wir halt nicht genug Merkmale, sprich, ja, unser Raum ist sozusagen zu klein, aber dann können wir trotzdem nichts machen, und dann sind wir trotzdem fertig, das heißt, wir sind fertig, wenn alle A's einmal belegt sind, alle Groß A's, alle Groß A's, einmal belegt, und wie labeln wir dann? Naja, also das Ganze könnte ja auch ein Klassifikator sein, das muss nicht nur True oder False sein, das kann ja auch Klasse Fahrrad, oder Klasse Schwimmen, oder Klasse, keine Ahnung, Fitnessstudio sein, wenn es regnet oder sowas, F könnte zum Beispiel für Fitnessstudio stehen, mega gut, das heißt, wir können ja auch ein Klassifikator draus bauen, das heißt, wir müssen auch mit den Labels noch irgendwie klarkommen, dann labeln wir das Ganze, ich schreibe das jetzt einfach mal so hin, so mega Pseudocode mäßig, dann labeln wir das Ganze als den Durchschnitt, da ist es, der Belegung der Daten im Knoten, das heißt, wir nehmen einfach den Durchschnitt von allem, was wir da haben, also Durchschnitt, Daten im Knoten, so, das könnt ihr gerade nicht mehr ganz lesen, ich schiebe das mal hier rüber, so, okay, das bedeutet, wir sagen, okay, wir sind alle Attribute einmal durch, wir haben das Wetter, wir hatten die Temperatur, naja, wir haben meistens, wenn es kühl ist, gehen wir Fahrrad fahren, und meistens, wenn es heiß ist, gehen wir nicht Fahrrad fahren, aber es kann natürlich immer noch ein paar Mal geben, da gehen wir auf Fahrrad fahren, wenn es heiß ist, und nicht Fahrrad fahren, wenn es kühl ist, zum Beispiel, wir sind krank, aber der Durchschnitt der Daten, hier in diesem Unterknoten, ist immer noch, dass wir Fahrrad fahren gehen, und hier ist immer noch der Durchschnitt, dass wir es nicht tun, das heißt, wir labeln einfach nach dem Durchschnitt, weil wir einfach nicht mehr Unterteilungsmerkmale haben, das ist irgendwann mal fertig, okay, so, nächster Punkt, ähm, drittes und letztes Abbruchkriterium, wir haben zum Beispiel, keine Daten, also wir haben einfach zu wenig Daten, das heißt, wir sind hier runter gegangen, und haben aber nicht ein einziges Mal, uns entscheiden müssen, ob wir jetzt Fahrrad fahren wollten, oder nicht, wenn es regnet, weil es nicht ein einziges Mal geregnet hat, das heißt, wir sind sozusagen, mit dem Problem hier, dass wir einfach keine Daten haben, das heißt, wir wissen nicht, ob es true oder false ist, und wir haben einfach Zero Daten, das bedeutet, wir können hier auch nicht irgendwie, den Durchschnitt nehmen, aber wir müssen dieses Attribut schon irgendwie machen, denn es könnte ja im Nachhinein noch irgendwelche Daten kommen, was man dann macht, ist folgendes, wir sagen, okay, wir haben keine Daten für hier, naja gut, dann nehmen wir einfach den Durchschnitt von dem Parent Node, das heißt, der Durchschnitt der Daten von Wetter, was jetzt in dem Fall blöderweise alle Daten sind, aber es kann natürlich auch einfach hier passieren, oder hier passieren, dass man da einfach keine Daten hat, und der Baum kann wirklich riesig werden, deswegen macht es durchaus Sinn, das heißt, wenn man keine Daten hat, einfach ein Knoten nach oben, wenn man hier war, ein Knoten nach oben wäre Temperatur, und dann nehmen wir den Durchschnitt von dem Parent Node, also den Durchschnitt von den Daten in der Temperatur drin, sprich, wenn wir im Durchschnitt bei Sonne Fahrradfahren waren, dann nehmen wir hier ein True, wenn wir bei Sonne normalerweise nicht Fahrradfahren gehen, dann nehmen wir eben False als Label, sozusagen, wenn wir nicht genug Daten haben, wie gesagt, das ist bloß der äußerste Notfall, wenn man absolut keine Daten hat, also keine Daten für Nachfolger, dann ist das Label der Durchschnitt der Daten im Parent, Ups, Parent, Parent bedeutet einfach, wie gesagt, dass wir hier, ich schreibe das gerade mal in die nächste Zeile, damit ihr es auch noch lesen könnt, Parent bedeutet hier, wie gesagt, einfach bloß, dass wir quasi das Elternklima, Teilchen hier benutzen, so, das ist der ID-Free-Algorithmus, und damit kann man so einen Baum erstellen, allerdings hat man einen festen Satz an Daten, das heißt, im Nachhinein kann nicht irgendwie noch was hinzukommen, oder sowas, da gibt es dann andere Ansätze, die werden wir auch noch machen, aber das ist sozusagen der einfachste Algorithmus, der uns hier mal begegnen kann, und jetzt haben wir noch ein paar kleine Ungereimtheiten, wie zum Beispiel diese Entropie, oder dieser Informationsgewinn, was soll denn das bitte sein, aber alles andere ist glaube ich eindeutig, oder? Gut, falls es Fragen gibt, wie immer natürlich in die Kommentare, und ansonsten geht es nächstes Mal weiter, wir hören uns, bis dann, ciao!